What's going on? Guten Morgen, liebe Leute. Servus und hallo. Es ist der Olli in Northern New Jersey an diesem Memorial Day Weekend Samstag auf dem Weg nach New York City. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende in Deutschland. Ein tolles Memorial Day Weekend hier in Amerika. Alles Liebe und Gute. Servus und tschau. Sagt der Olli. Und ihr wisst, wenn ihr irgendwas braucht, Tipps für New York City, dann wendet ihr euch direkt an mich. Servus und tschau. Papa.